Vitamin D bei COPD. Ein Beitrag von Sebastian Weiss von der Sonnenallianz. Circa 6,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer irreversiblen COPD-Erkrankung, also einer chronisch verengenden Lungenerkrankung, die im Laufe der Zeit immer stärker wird und im weiteren Verlauf sogar bis zum Tod führen kann. Die häufigsten Anzeichen sind Atemnot, Schweregefühl, Husten und Auswurf. Vitamin D schützt nicht nur präventiv vor der Atemwegserkrankung, sondern kann darüber hinaus die typisch mit ihr einhergehenden Exacerbationen, also die deutliche akute Verschlimmerung, unterdrücken. Alle Quellen zu den genannten Informationen findet ihr wie immer im angepinnten Kommentar unter dem Video. Eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, im Englischen Chronic Obstructive Polymonary Disease oder kurz COPD, kann sowohl die Bronchien als auch das Lungengewebe selbst betreffen. Eine der häufigsten Ursachen sind neben dem konventionellen Rauchen langfristiger Kontakt mit gesundheitsschädlichem Staub oder mit bestimmten Chemikalien. Da es sich dabei um eine progrediente, also zunehmende Atemwegserkrankung handelt, die sich in der Regel im Laufe der Zeit immer weiter verschlechtert und zum Abbau der Lungenfunktion führt, ist die Exacerbation, also die Verschlechterung des Zustandes bzw. dessen Ausbleiben ein wichtiger Indikator für eine erfolgreiche Therapie. Eine 2015 publizierte systematische Literaturrecherche, bestehend aus insgesamt 18 Studien, kommt zum Ergebnis, dass eine Vitamin-D-Supplementierung COPD-Exacerbationen verhindern kann. Die Schwere des Vitamin-D-Mangels war mit der Intensität der Krankheit assoziiert. Das bedeutet, dass ein schwerer Vitamin-D-Mangel vor allem dort vorhanden war, wo auch ein stark ausgeprägtes COPD-Krankheitsgeschehen vorhanden war und umgekehrt. Zehn Jahre höhere Lebenserwartung mit höheren Vitamin-D-Spiegeln. Eine groß angelegte dänische Studie aus dem Jahr 2018 mit über 35.000 Teilnehmern im Alter zwischen 20 und 100 Jahren bringt sogar die Lebenserwartung von COPD-Patienten mit dem Vitamin-D-Spiegel in Zusammenhang. Die mittlere Lebenserwartung bei der spirometrischen Variante der COPD-Patienten lag demnach bei 70,2 Jahren, wenn der Vitamin-D-Spiegel unter 5 Nanogramm pro Milliliter betrug. Zehn Jahre länger lebten COPD-Patienten mit Vitamin-D-Spiegeln von mindestens 20 Nanogramm pro Millilitern. Wohlgemerkt ab 20 Nanogramm. Was wäre erst in einem Zielbereich von über 60 Nanogramm pro Millilitern? Bei der klinischen COPD übrigens betrug die Lebenserwartung bei extremem Vitamin-D-Mangel, also von unter 5 Nanogramm, 69 Jahre und 76,2 Jahre bei Patienten mit Vitamin-D-Spiegeln von über 20 Nanogramm pro Milliliter. 96,7 Prozent geringere COPD-Exacerbation durch Vitamin-D. Eine Vitamin-D-Supplementierung hat einen effekt auf die Reduzierung der Anzahl akuter Exacerbationen bei COPD-Patienten, wenn es über einen längeren Zeitraum verabreicht wird. So laute das Fazit einer randomisierten Kontrollstudie mit 120 Patienten aus Pakistan. Bei Patienten, die sechs Monate lang mit 2000 Einheiten Vitamin-D täglich versorgt wurden, konnte die Exacerbation von 100 Prozent auf bemerkenswerte drei Prozent reduziert werden. Ein weiterer aussagekräftiger Beleg für die therapeutische Wirkung von Vitamin-D bei COPD-Patienten. Fazit. Die aktuellen Studiendaten zeigen, dass höhere Vitamin-D-Werte im Blut mit einer höheren Lebenserwartung bei COPD-Patienten in Verbindung stehen. Gezielte Vitamin-D-Gaben von mindestens 2000 Einheiten täglich scheinen sich laut Studien positiv auf den Krankheitsverlauf auszuwirken und sollten daher von Betroffenen in jedem Fall in Betracht gezogen werden. Ideal wäre aber natürlich eine optimale Vitamin-D-Therapie mit einem erfahrenen Arzt, der den Patienten korrekt betreut. Wie ihr seht, gibt es sehr wohl auch viele Studien, die nicht nur den Nutzen des Vitamin-D in Bezug auf die Knochengesundheit zeigen, sondern eben auch in vielen weiteren Organen und Geweben. Ich erwähne das deswegen, weil immer noch Artikel zum Vitamin-D erscheinen mit der Aussage, dass es keinerlei Belege gebe. In diesem Fall könnt ihr gerne auf meine Videos verweisen und damit den Kritikern schnell den Wind aus den Segeln nehmen.